Ich denke nur an Strand und Sommer. Ich kenne ein paar Gegnerinnen von dort, von meiner Freundin Hannah Goddard, die kommt aus Ägypten. Die darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, die spielen unangenehm. Ich habe auch eine, ich habe gerade ihren Namen vergessen, aber auch schon oft auf der Tour gesehen. Aber die Bilanz, ich glaube, wir alle haben noch nicht einmal gegen eine Nigerianerin gespielt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, unsere Chancen stehen gut und wenn wir konzentriert spielen, kriegen wir das hin.